Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Evil Dead The Game und dieses Mal spiele ich mal wieder mit Mia und was ich dafür riskiere, das sehen wir gleich in der Runde, weil, naja, ihr werdet es sehen, also viel Spaß. Das ist Professor Raymond Noby, Log Entry No. 6. Ich kann niemals über die Ereignisse für den Ereignisse ich habe, aber ich habe ein Method für die Sprechung zu halten. Wenn du das hörst, folgst meine Instruktionen. Malmö. Ich habe ein paar Schmerzen. Das erste, was du brauchst, ist eine Karte für die Necronomikon und Kandarien Dagger. Die Karte dieser Karte sind nebenher. Find sie. Also, sie sind auch der Schmerz. Das war bei der Karte. Ich mag nicht so. Ich habe es nicht so. Ich habe mich so sehr anhören. Du kannst die nächste Witzung herrieren. Was wahrscheinlich auf den momentan? Ich will nicht auf den Ereignissen machen. Ich habe so ein Witz. Oder zumindest das größte Schadenspolizei auch. Henry folgt mir auf die Darm-Toilette. Solltet mir. Ein kleiner, aber starker Schritt vor. Boros-Hütte. Ja, komm. Wir müssen ein bisschen schnell machen. Hi. Keinen Supporter haben. Na, wenn ihr meinen 10 Tipps um mehr Spiele zu gewinnen Video gesehen habt, wisst ihr was das bedeutet keinen Supporter zu haben. Aber wir sind bisher gut dabei. Wir werden das erste Kartenteil schnell gefunden. Ist nur wichtig, jetzt schnell die Objective zu machen. Dann haben wir auch eine Chance. Gerade gegen den Pappetier. Wenn es uns helfen wird, dann werde ich es trinken. Okay. Du hast eine andere Seite der Matten erhalten. Sicherlich ist Glück auf deiner Seite. Hey, komm und schau das an! Ihr group now holds the final piece of the map. The lost pages of the Necronomicon and Kandarion Dagger are within reach. My plan will only succeed with these items. Go ahead and run. Run home with your tail between your legs. Go cry, Mama! Ich höre sie! Okay. Ah, er ist schon hier. Ja, er ist evil dead. Alles klar, Gott, ich fahre schon mal vor. Wir treffen uns dann wieder ab. Hoff ich. Ja, ich fahre schon mal vor. Ja, ich fahre schon mal vor. Du hast die letzten Pläne des Necronomicon erwacht. Du bist nah dran und behalte deine Position. Wir werden zurück und verbrechen deine Welt. Ja, ich fahre. Ja, ich fahre. Die Leer sind hier abgeflüstetig. Der Macht wird dann weg zu fliegen. Ja, ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Dann fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Was? Guck mal. Ich könnte nicht schimpfen werden. Könnten wir alle. Wir werden zurückzuhren. Wir werden zurückzuhren. Wir werden zurückzuhren. Hold fast, mein Freund. Ich kann... Ich kann... Ich kann den Punkt im Weg gehen. Ich kann mich nicht. Okay, ich habe den Page an. Ihr Gruppe hat die verlassenen Päden bekommen. Die Leben sind ein Schritt näher, um die Todesverlösen zu verletzen. So ein reines Warrior Team. Das kann halt nicht funktionieren, also... Ich fühle mich ein bisschen besser. Zwei Leute sind fast tot. Nur Henry hat irgendwie, was weiß ich, wo der die ganze Amulette gefunden hat. Guck dir das Mann. Verrückt. Der hat wahrscheinlich auch volle Champs Kohler. Guck dir das mal. Guck dir das mal. Gut, dann nehme ich es. Guck dir das mal. Wir haben aktiviert den Kandarien Diger. All manner of evil spirits will sense their imminent doom... ... und attack accordingly. Ich bin der letzte Auldein. Ich bin der letzte Auldein. Wir werden die Auldein für sie verletzen. Wir werden die Auldein. Du weichst ihn noch aus. Du weichst ihn noch dann bleiben. Leute. Ich muss nur dann bleiben. Leute. Halt ihn auf. Halt ihn auf, mein Freund. Halt ihn auf. Okay, das war dann. Ich glaube. Warum war ich denn nicht aus? In der Hand. In der Hand. Oh, wie weit sind die weg? Oh, wie weit sind die weg? Das geht nicht. Okay. Aber er ist nur auf 24, also... Mit ein bisschen Glück. Könnten wir es schaffen. Oder besser mit ganz schön viel Glück. Ich bin nicht überrascht. Ich bin nicht überrascht. Warum machst du das mit mir? Das war's für heute. Okay, wer ist dahinten? Okay, dann sollten wir weiter. Ich muss den da von denen ablenken. Zur Not kann ich ja immer noch wieder davon fahren. Und der Dämon muss jetzt mir hinterher kommen. Weiß ich ihm sonst besonders schwarz. Eigentlich. Okay. 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 Hey, wir haben ein Feuer hier. Wir sind 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 hier. Der Necronomicon ist komplett. Defend ihn, um die Branche zwischen unserem Welt und dem nächsten. Wir sind hier. 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 Ich halte es, also ich weiß nicht, ob das echt legit ist, wie das gewinnen wird, weil der Henry, der hat ja echt extrem viele Amulette gehabt. Ich darf nicht sagen, dass du die Brüche verletzt hast, aber wenn du mit einer Möglichkeit hast, Ja, wir haben gewonnen, aber... Mit unserer Vier-Krieger-Runde, aber wie... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Henry, ob das wirklich so alles mit rechten Dingen zuging, was da mit seinen Amuletten abging. Naja, ihr könnt es euch ja nochmal angucken vielleicht, spurt doch nochmal zurück an die Stelle, wo der auf einmal wieder 5 Amulette hatte am Ende. Also ich fand es komisch irgendwie. Naja, ich nehme es, gewonnen ist gewonnene und ja, MVP mal wieder. Schön. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ihr Wird at the game, mein Name ist Tom und bis dann.